Hier geht es mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Kurz eine wichtige Frage. Hast du deinen Notizblock mit? Ich habe es da, ich habe es da. Dann schreib da, in dein verkacktes Notizherst, vernünftige Sachen. Ich werde heute die beste Crewmate-Runde geben von mir überhaupt. Niemals. Zeig mal deinen Blog. Und was schreibst du dir dann da rein? Was sagst du, Kuba? Hier stand zum Beispiel Trimax komisch. Ich komme, ich komme, ich komme. Das ist so, kennst du dieses kreative Kackel, wenn du deine kreativen Freien Lauf lässt? Das machst du, wenn du nichts siehst. Und dann merkst du dir schon wieder keine Coins. Und dann sind wir am Ende da und haben eine Arschkarte gezogen. Und dann habe ich Panik, Stress und das schreibe ich einfach nur so. Ich, pass auf. Let's go. Mods, Mod only. Ach, ihr müsst Chat wegmachen und die Mod only. Ihr dürft auch keine Emotes sehen. Chat, heute, ich sage es zwar jede Woche, aber heute bin ich wirklich auf der Abschussliste von den Impostern. Es ist heute, glaube ich, so einfach wie noch nie zu gewinnen. Trimax. Oh, warte. Eine Leiche ist ganz rechts. Ganz rechts Leiche. Es war ein Noob, der den Kill gemacht hat. Fabo. Ja. Ja. Max? Max, bitte. Nein, Edis ist tot. Digga, die Leiche liegt seit locker einer Minute und die cams und keiner läuft dahin. Ich habe ihn. Hast du ihn? Hast du gesehen? Ja, ja. Ich habe nicht den Kill gesehen, aber vor, ich lüge jetzt nicht, vor 20 Sekunden ist Ryrex von unten gekommen, hat die Leiche gesehen und ist wieder nach unten weggerannt. Ich habe keine Leiche gesehen. Wo? Warte mal, wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Die Leiche ist... Ich habe auf jeden Fall alle den Games gesehen. Die Leiche ist leider raus. Die Leiche ist Navigation. In der Nähe, in diesem Gang von Navigation ist die Leiche. Ich war gerade, ich war gerade Admin mit Daniel und bin mit Social Electrical. Davor. Davor, Ryrex. Wo warst du gerade, Kuba? Ich habe aber, ich habe keine Leiche gesehen. Ich bin hochgelaufen, in der Cafeteria Richtung Weapons, habe diese Aufgabe gemacht, dieses mit Aim Lab, bin wieder runter, bin wieder links weg. Also ihr habt volles Lichtfeld, ich habe nicht das volle Sichtfeld wie ihr auf der Cam. Ich weiß nicht, wo die Leiche ist. Du standest in der Leiche drin. Das ist Bullshit. Hast du nicht, ja, hast du nicht. Ich sage, jemand anderes hat die Leiche getötet, du bist da hingegangen, was auch Impostor und bist weggerannt. Ich würde jetzt... Nein, 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 nein. Du bist über die Leiche gewatschelt. Irgendwas gibt doch erstmal, Bruder. Einer will direkt roten, irgendwas los. Alter, ich habe ihn erwischt. Natürlich, guck mal, wie... Guck mal, wie... Also ich würde... Ich würde... Ich würde... Wer hat die jetzt geschützt? Wer hat die beschützt? Das ist ja... Ich... Ich verstehe ich nicht. Bruder, ich habe... Ich habe Angst, weil jetzt Edi vielleicht schon Impostor ist und dann direkt das Mark hat. Einfach... Over-Tink. 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 Ich sage, wir können mit Spice spielen. Entweder labert Trimax Hardcore Scheiße oder Matze ist verrückter Kack-Call gewesen. Aber Fabo... Wenn die mich und Fabo beide killen, ist es over. Chef Strobel... Matze... Oh, oh, Matze! Er killt mich jetzt. Ist das krass. Wie er mir hinterher rennt. Okay. Hallo? Ich habe einigermaßen im Kopf, wo jeder ist. Direkt vor... Fabo, du bist auch dumm! Wieso bleibst du nicht bei mir? Oh Gott! Also direkt... Da, wo Emergency... Wo man das drücken kann. Genau da liegt er. Ich bin sauer auf dich, Fabo, wenn du mich hörst. Ich glaube, Matze ist da langgelaufen. Kann das sein, Edi? Nein. Ich bin unten electrical. Er ist electrical. Also Matze und Climax sind zusammen electrical zu mir gelaufen. Wir waren electrical alle, aber wir können mich helfen. Er ist electrical leider. Er liegt einfach hinten drin. Leute, wir müssen Ryrex rausvoten. Was zum Fick ist passiert? Nein, Bro. Warum denn? Wie gesagt, ich habe die Leiche nicht geschrieben. Ganz kurz, ganz kurz. Du bist drüber gelaufen. Wahrscheinlich nicht. Ich muss kurz was sagen. Matze ist mir ganz komisch hinterher gelaufen. Links Upper Engine. Und er ist Richtung Cafeteria gelaufen. Dann kam mir Mert entgegen. Weißt du noch, Mert? Wir sind beide nach unten gelaufen. Also Matze war in Cafeteria drinnen. Er war da. Okay, Leute. Ich bin Crew. Tötet mich und Ryrex zusammen. Das ist immer noch ein guter Team. Nein. Ich habe ihn gesehen, wie er über die Leiche gelaufen ist. Ich glaube, ich glaube, ja. Also, meine Stimme bekommst du, weil du nicht gesagt hast, dass du im Cafeteria warst. Du warst da nämlich. Doch, ich habe gesagt. Ich habe das Gefühl auch, dass Eli safe ist. Sorry, Matze. Und wenn Eli sogar Trimax safe ist, dann... Aber ich habe ja noch safe, Mert. Letztes war Ryrex. Woten safe, auf jeden Fall. Der nach der ersten Runde noch drin war. Ja, ja, safe. Ja. Er ist der zweite Imposter. Er hat den kill nicht gemacht, aber er ist der zweite. Ich sage, Daniel ist der zweite. Digga, der hat ihn so hart. Nein, nein, nein. Du hast ihn so beschützt, Bruder. Du hast so geredet für ihn. Du hast so geredet für ihn. Du hast meinen Bruder gefallen. Er zahlt meine Miete. Stimmt. Ja, stimmt. Der hat dann Merch gekauft. Letzten noch wegen Mützen-Story. Wegen Mützen-Story dann, oder was? Wegen Mützen-Story. Ist der dumm Digger. Mützen-Instastory. So, er ist der verfickte zweite. Trimax ist es dann auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich würde tendieren, dass es Daniel ist. Daniel ist rechts. Er ist jetzt Cafeteria. Sobald er hier ist, renne ich sofort weg. Er ist da. Er wird kommen, aber er kann mich nicht killen. Chef Stroh ist bei mir. Kommt er rein? Ja, er kommt rein. Und hat gesehen, dass ich da drin bin, hä? Aber du kannst dich nicht... Oh mein Gott. Ach, Bruder. Das ist doch... Das ist doch... Max... Das ist heavy. Also ich sag, der spielt einen auf, Bruder, weil er... Chillt doch mal. Vielleicht hat er was gesehen, Leute. Ja, der hat nichts gesehen. Trimax, du musst entwirken? Ein kleiner Schwanz. Nichts gesehen. Was machst du denn? Max! 30 Sekunden lang gechillt. Und es ist kein Kill passiert. Wäre ein Kill gewesen, wären Eli, Chef Strobl und ich es nicht gewesen. Kein Kill passiert. Wir müssen weitermachen. Hä? Es geht nicht. Aber warum? Wir können doch nicht einfach so eine Runde machen, wo wir krasseln. Max, es gibt Regeln auf diesem Ding hier. Du musst... Wenn man Emergency Button macht, dann musst du jemanden rauswählen. Sonst haben die Imposter fast keine Chance zu gewinnen. Sonst könnte man immer wieder sowas machen. Ich geh schon mal dran, weil er so beschützt hat. Es ist kein Kill passiert. Das heißt, wir haben nur noch einen Imposter. Wir haben nur noch einen Imposter. Mein Guest war richtig. Eli und ich sind zusammen auf Rhyrace gegangen. Wir sind wirklich Imposter. Was war das? Warte mal. Was war das? Eli? Eli? Oh mein Gott. Ist sehr gut. Einer hat geskippt. Einer hat geskippt. Einer hat geskippt. Einer hat geskippt. Warum? Daniel, das darf man nicht. Bruder, dann bist du ja Ultrasse. Also dann bist du Schaffschrubbel. Ist das Geiststag. Okay nein, nein, guck mal, wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal Rhyrace machen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Also es war... Digga, das ist ja... Oh, wenn das Victory ist, wäre Geiststag. Oh, ne? Er war richtig sauer, das Daniel. Er war richtig sauer. Er war richtig sauer. Er war richtig sauer. Also dann kriegst du jetzt meine Stimme. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh. Er ist sehr sauer, weil keiner gestorben ist. Nur ein Poster ist sauer. Ja, genau. Als Crewmate hättest du gesagt, ja, na gut. Geil. Ist perfekt. Ist sehr gut. Als Crewmate sagst du, das war gerade die perfekte Ausgangslage. Nö, nö, nö. Wir sind so dumm. Ich geb jetzt... Jaaa. Hä, was ist das? Ich sag, das ist Daniel, weil er ist hochgelaufen, dann zurück, dann wieder rein. Was nennt doch Daniel Slumpy. Oh mein Gott, Digga, das ist geisteskrank. Okay, Daniel, Daniel, du bist wieder auf meiner Liste. Boah. Oh mein Gott, mir fehlt noch eine Tase. Okay. Okay. Das ist krass. Die dürfen sich verkeinen. Warte mal kurz, habe ich eine Frage. Hast du reportet oder habe ich den Button gedrückt? Wer hat... Wo kann man's sehen? Ich hab reportet. Du hast ihn gleich gesehen. War echt... War echt gut gespürt. Wo war der? Matze habe ich rausgehauen, Chat. Aber die Runde ging auch lange. Ein falscher Call. Aber Chef Stroke hat sich auch dumm angestellt. Bitte. Sag doch mal kurz. Hat jeder von euch... Warte kurz. Hat jeder schon seine Tasks fertig, die am Leben sind? Ja. Ja, bitte. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Was... Was brauchst du? Da war auch noch einiges. Was? Ich glaub Trimix, dass es ist. Ich glaub Trimix, dass es ist. Das kann gar nicht sein, Max. Warte doch mal kurz, Jungs. Schick doch mal kurz. Lower Engine ist die Leiche. Hast du da reportet? Ja. Okay, und eine Leiche ist bei Navigation im Gang. Ich habe es in den Camps gesehen, deswegen wollte ich Emergency Button drücken. Ich sage, es ist Kuba. Ich habe gesehen, wie Kuba mir entgegengekommen ist. Gut, Jungs. Wer war denn in den Camps? Ich habe Kuba nicht einmal die Runde gesehen. Ich habe nur eine Leiche gesehen. Da bist du raus, glaub ich. Ich kam von Admin hoch Richtung Cafeteria. Richtung... 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 Ich habe Kuba nicht einmal diese Runde gesehen. Ich habe Trimix richtig oft gesehen. Ich habe Kuba schon öfter gesehen, Bruder. Ich habe auch Daniel gesehen. Ich habe alle gesehen. Merle, ich habe Trimix auch gesehen die ganze Zeit. Trimix macht mir Angst, weil er gesagt hat, nicht reden. Nach dem Motto, er hat Angst, dass ich den Leuten zeige, dass sie noch ihre Tasks machen sollen. Weißt du das? Ich habe Ryrex rausgehauen. Ich höre, das wäre jetzt Boss-Move. Würde Trimix die ganze Zeit von Anfang an, die ganze Zeit ein Spiel mit uns spielen. Ich höre, das glaube ich nicht. Er hat recht. Er hat recht. Mach die scheiß verfickten Tasks einfach. Wir gehen nach safe. Wir gehen nach safe. Wir gehen nach safe. Wir machen die Tasks. Einer darf noch sterben danach. Ja, ja, ja. Guter Call, Merle. Dein Skip Call. Ja, doch. Bruder, einfach Tasks machen. Warte ab, was ich mit dir mache. Skip kann man machen, Chat. Skippen kann man machen. Man hätte Matze erste Runde rauswählen müssen. Ich sag's dir. Da hast du erstmal, da hast du schonmal einen weniger. Machen sie nicht schlecht. Wir werden so... Jungs, bitte. Ah, wir schaffen's, wir schaffen's. Weil Eldos wird's schaffen und wird jetzt reporten. Jungs, bitte. Reportet. Reportet die Leiche. Eldos. Okay, richtig. Das kennst du nicht. Hallo? Ich hab die Leiche. Oh mein Gott. Ich hab's gefixt. Wo warst du? Wer hat oben rechts Auto gemacht? Eldos, warst du das? Bitte sag's mir. Entweder Eldos oder Trimix. Ich hab rechts oben gemacht. Okay, gut. Dann mach Max raus. Ich wusste jetzt von Anfang an. Oh mein Gott. Mach ihn raus, bitte. Erklär mal. Erklär mal. Ich hab gerade unten gemacht Admin. Ich hab Max die ganze Zeit nicht mehr gesehen danach. Auf einmal gehen... Du hast unten Admin gemacht. Ja, Leitz ging raus. Leitz ging raus. Trimix, wo bist du? Trimix, wo bist du? Trimix, nein, nein, nein. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste es. Was? Ich sag dir jetzt was und dann ist es automatisch geworden. Ich hab Oxygen im Admin gefixt. Ja? Und rechts neben dem Gang ist ja ein Vent. Und der hat sich bewegt. Was? Ein Vent? Warum soll ich... Das macht doch keinen Sinn. Bitte mach Max raus. Ey, ich will doch gar nicht reden. Ich hab Oxygen's gefixt und hab gesehen... Alleine, dass er schon sagt unten... Ich hab schon Ryrex rausgehauen, Eldos. Ich hab Ryrex schon rausgehauen. Ich hab Ryrex selber rausgehauen. Ich hab gesagt, dass Ryrex rausgehen soll. Ich hab ihn aber erwischt in der Camse der ersten Runde. Den kannst du nicht bringen, Max. Max, den kannst du nicht bringen. Sorry. Eldos, Eldos, Eldos. Eldos, Eldos. Guter Versuch, Kuma. Jaaaa! Eldos ist eure erste Runde. Eldos, du bist ein geprüfter Bastard. Du bist der schlechteste Spieler, den es gibt. Das kannst du nicht ernst meinen. Digga, das kannst du nicht ernst meinen. Digga, es ist doch klar. Trimax haut ihn in der ersten Runde raus, du Schwanz. Wie kann man so drauf sein? Du spielst das Spiel seit verfickten vier Jahren und checkst es nicht. Jedes Mal fühlst du dir Poster zum Win. Den lädst du hier ein? Den lädst du hier ein? Teuer nah, damit mich jeder hört. Jungs, du kannst das nicht mehr. Eldos zahlt alle Subs. Eldos zahlt alle Subs. So, Merz, Chef Strobel. Ich muss überleben. Lennart und Daweck. Danke für die Subs. Ach du Scheiße. Ja, Land. Digga. What? Der ist alles auf links gelaufen. Ich. Ich. Merz, Fabo. Okay, wer noch? Ich hab Jelo da auch gesehen, oder? Nein, ich bin Admin gewesen mit zwei. Am Anfang? Das weird ist, ich war in den Camps. Sag mir bitte genau, wo die Kills passiert sind. Ey, das ist ein Double Kill and Electrical. Das ist ein Double Kill and Electrical. Das können nur Leute gemacht haben, die ganz gut sind. Weil die liegen genau nebeneinander. Also ich will mich maximal save. Ich bin wirklich bei Shields gerade einfach da an der Nähe. Es gibt zwei Optionen. Kann ich bestimmt. Ich hab gar nicht in den Camps gesehen. Kann ich bestätigen. Warte mal, du bist Security sagst du gerade? Äh, da wo Camps ist. Ja. Ja. Damit kommst du mal rein auf jeden Fall. Okay. Merz, Eli. Was? Ich bin hinter Chef Strobel. Wer war gerade? Ich bin in den Camps. Merz, ich. Du, Eli. Ich bin in den Camps gewesen die ganze Zeit, Jelo. Von wo kamst du, Matze? Von wo kamst du? Ich kam von unten. Von Shields, Storage und dann Admin rein. Warte. Ja doch. Wer ist gerade oben? Jemand kam gerade Cafeteria runter zur Admin. Wer war das? Ich glaub gar nicht, ihr seid rausgelaufen. Ich bin nicht ohne gelaufen. Merz? Das war Fabo. Das war Fabo. Wir werden jetzt einen Kill machen. Danach müsst ihr alle Crewmates einen raus wählen. Ihr müsst euch einig sein. Weil ich glaube ich weiß auf wen sie jetzt gehen werden. Ich würde sagen. Ihr müsst euch einig sein. Und einfach, dass ich das mal gesagt habe. Warte mal ganz kurz. Ich nehm Chef, ich nehm Chef Strobel raus für den Kill. Und wer war mit uns im Admin? Wer war das? Merz, glaub ich. Ich. Warte, 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 warte. Ich hab nen Call. Merz war die ganze Zeit, ich hab in die Camps geschaut. Da kam keiner rein. Auf einmal ist Merz gewesen in Mad Bay. Nein, ich bin von Admin in Mad Bay. Laulaba keine Scheiße. Jeder weiß, dass du ein Admin war. Ja, aber du warst Mad Bay. Ich bin von Admin in Mad Bay reingelaufen. Und Fabo ist uns dann kriegen. Ja, ich sag. Ich sag. Hat er recht. Hat er recht. Also ich sag. Ich würde auch. Ich würde auch. Falls es dazu kommt, Fabo. Weil Merz und Chef Strobel können es glaube ich nicht gewesen sein. Oh mein Gott, Digga. Was sind das für Runden? Aber es ist wirklich nicht einfach. Also real talk. Wo ist der dritte Kill gemacht worden? Wir haben direkt Doppelkill gemacht? Leiche. Leiche Security oder was? Ich könnte einen haben. Fuck. Oh oh. Die haben drüben Doppelkill gemacht. Weil Chef und Merz sind es nicht. Matze? Wieso safest du das nicht, Matze? Er ist gestorben. Okay. Okay, wir müssen herauswählen. Oh Gott. Äh. Ganz kurz. Es war doch O2. Ich habe beide O2s am Anfang btw. gemacht. Ich wollte es nur sagen. Wir wären gekickt gewesen. Okay. Gimmink. Ich kann euch was sagen. Warte, warte, bitte. Ich muss jetzt hier Sachen raus. Chef, es ist ein ganz frischer Kill, Chef. Ganz frischer Kill. Wo ist er denn? Chef, rät du erstmal? Es ist V-O2. V-O-Dingsler. Ja, Admin. 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 Da bin ich gerade reingerannt. Ich bin da gerade reingerannt. Also wenn du von der Rechnung rauslaust, den Eingang Storch. Also für mich safe. Deshalb hier war Fabo. Fabo. Hä? Warum denn? Safe, safe, dass du nicht bist. Ganz kurz für mich. Ich habe beide O2s gemacht. Wer war Admin gerade noch? Wir wären gefickt gewesen. Keiner war da. Also ich habe das Einzige, was ich gesehen habe. Ich war in den Camps. Ich habe Eli gesehen. Der war Admin. Und dann ist der Ding. Dann ist er hochgelaufen, glaube ich. Richtung O2. Und hat aber O2 irgendwie nicht gefixt. Der hat da so angeguckt und ist dann weg. Ich muss kurz, ich muss kurz, ich muss kurz Rede beinnehmen. Entschuldigst du mich gerade? Ja, weil du halt... Nein. Ich habe, ich habe... Der Kill ist ganz frisch. Ich bin... Ich war vor 10 Sekunden mit Matze. Entweder, es muss jemand aus der Umgebung gewesen sein. Entweder hat der Kill gemacht und ist unten weggewendet. Oder... Jungs, in meinen Augen... Aber dir ist fast keiner. Nein, nein, nein. Aber ich muss was sagen, Leute. Ohne Spaß. Ryrex habe ich vorhin noch gesehen. Es kann nicht sein. Alles in Hochgelaufen. Fabo hat mir vorbeigelaufen. Ich sage, es ist Fabo. Ich sage, es ist Fabo. Aus der ersten Runde. Du warst in der Nähe. Ich sage, es ist Fabo. Ich kann es gar nicht gewesen sein. Okay, okay. Kev und Jello waren hinten noch. Wir müssen auf Ene gehen. Ich bin Kev und mein Konz... Wie? Warum, Chef? Warum ich? Nein, warum ich? Warum ich? Nein, erste Runde. Ich war mit dir, Chef Strobel. Wenn du nicht Crewmate bist, ich... Wenn du Crewmate bist, ich werde vor deine Haustür kacken. Okay, Jungs, dann ist es Fabo. Vertraut mir einmal. Vertraut mir einmal. Eine Frage. Ich habe beide uns losgemacht. Wir wären gepickt gewesen. Dann ist falsch. Dann ist falsch. Dann ist falsch. Ich habe Jello gewonnen. Ich habe Jello, ja. Aber wenn nicht, es muss Chef sein. Wir wären doch gepickt gewesen. Es waren die letzten zwei. Es sind die letzten drei. Und warte, hör mir kurz zu. Triple Kill, der so gut ist und so clean, muss halt Eli eigentlich gemacht haben. Weil der war echt clean. Ihr habt verloren. Ihr habt verloren, Jungs. Ihr habt verloren. Ihr habt verloren. Okay, wer ist ein Imposter? Wer ist ein Crewmate? Erste Runde. Wie kommt Chef Strobel auf mich? Ich bin doch hinter ihm gewesen. Du mockst aber auch. Warum? Ich habe gesagt, es ist Kuba. Ich habe gesagt, es ist Kuba. Ey Sahne! Fick dich. Alter, was? Ich bin hier nicht mehr mit. Ich bin hier mit. Dann muss es Fabo sein. Jungs, nur weil ich tot bin. Oh nein, Crewmate. Ich kann nicht. Ja, kein Plan. Ich weiß nicht, warum Fabo so einen krassen Play da macht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Jut bitte. Es war klar, dass es Fabo ist. Ich habe Matze noch gesehen. Und vier Leute konntest du aus der ersten Runde rausnehmen. Und da war Fabo nicht dabei. Die gehen auf mich. Alle gehen auf mich. Okay. Edis, Eli, ich links. Bei Camps. Wo ist Kill? Sag mal, Juno. Edis? Wo ist der Kill? Ja, Edis ist hinter mir gerade gewesen. Wo ist der Kill? Kill, Kill, Kill. Wo ist der Kill? Kill, Kill, Kill. Kill. Kill, Security Team. Kill, Security Team. Okay, da kam gerade... Eli, 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 Edis Richtung Ort. Da kam Chef Stubbel her. Ich war die ganze Zeit mit Max. Da kam Chef Stubbel her. Da kam Chef Stubbel her. Der Stubbel kam gerade von electrical runter. Also Richtung, wahrscheinlich lower engine, Richtung Storage dann. Wo ist der Kill? Wo ist der Kill? Security, der Kill ist Security Team. Also ich würde, ich würde Eldos auf jeden Fall rausnehmen und Daniel, obwohl ja. Eldos und Daniel und Matze hat den Kill auch nicht gemacht. Ich Edis auch. Ich Edis auch. Er war hinter dir. Er war hinter dir. Er ist safe nicht. Der kann der Kill nicht gewesen sein. Also ich, ich, ich kann, ich kann Matze auf jeden Fall rausnehmen. Daniel, er war nämlich rechts. Eldos auch nicht. Oh, war Daniel rechts? Mein Gott, ich bin Café TV ja mein Bruder. Also mir ist... Ich kann Kuba rausnehmen. Da sind nur noch fast Merz, Chef und... Wo bist du Café TV? Wollen wir, wollen wir... Chef und Kuba. Einer von denen hat den Kill gesagt. Kuba nicht! Kuba lieber nicht! Nein, nein. Max sagt... Okay, dann... Dann Chef oder Merz. Chef und Merz merken. Chef und Merz merken. Aber warte, Chef kann das nicht sein, weil zwei Leute... Zwei Leute, zwei Infos sind gerade auf Chef. Zwei. 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 Zwei der Impos sind auf Chef gegangen. Nein, nein! Ich hab Chef gewartet. Merz. Bruder, das ist aber heute auch verwirrtet. Aber erste Runde ist eh immer schwer. Merz Chef. Einer von den beiden würds gewesen sein. Dann tu's. Okay. Ein Kill, okay. Oh. Chuwe du bist dumm. Chuwe du bist dumm, warum bist du nicht bei mir geblieben. Wo ist er? Okay, also rechts vor O2. Okay, warte ganz kurz. Ich kann vier Leute rausnehmen, vier Stück. Ich wollte es auch gerade sagen. Eli, Trimax, Edis und ich sind links. Wir waren das nicht. Wir sind alle links. Ganz kurze Frage an jemanden. An jemanden eine kurze Frage. Mert, wo warst du oder woher kamst du in den Cafeteria? Ich war Upman, bin hoch in den Cafeteria. Jetzt bin ich Upper Engine. Kann das jemand bestätigen? Ja, du bist mir sogar entgegengelaufen. Mit Eldosh ist er mir. Darf ich Rede bei Amman? Eldosh ist bei mir. Ich bin beide Upper Engine. Darf ich Amman? Ich habe Amman. Ja. Also, diesen Kill zu 100% haben nicht gemacht. Edis, Chef, ich und Trimax. Dani hat zu 100% den ersten Kill nicht gemacht, weil er war ganz rechts. Eldosh hat diesen Kill auch zu 100% nicht gemacht, also den ersten Kill. Von der Mathematik her bleiben jetzt hier nur noch übrig. Mert und Matze. Eldosh sagt gar nichts. Also die ganze Zeit sagt, wenn ihr Jungs bitte spielt. Nein, Jungs. Jungs, Eldosh. Nein, 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 nein. Falls ich sterbe. Falls ich sterbe. Eldosh ist in der ersten Runde mit mir die ganze Zeit gelaufen. Er hat den Kill nicht gemacht. Er hätte mich gekillt. Eldosh ist es nicht. Bruder, Alter. Mert, ich sag doch, Bruder. Ich sag doch, ich nicht raus. Bruder, egal was du sagst, sowieso. Du bist ein Dulli, Digga. Keiner glaubt dir. Also bitte. Nein, Bruder. Du bist Ding. Albert, freut mich sein. Falls ich sterbe. Oder das war ich. 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 Du. Und du hast gerade auch auf den anderen gewartet. Was machst du geworzt, Digga? Das ist verauber. Du gehst die ganze Zeit mit dem, der Fass ist. Falls ich sterbe, bitte Mert auf dem Schirm haben. Und das sag ich jetzt noch einmal. Mert. Mert, Nathan. Er war zweimal da, wo ein Kill war. Zweimal. Und Eldosh hat den ersten auf jeden Fall nicht gemacht. Und Daniel hat auf jeden Fall auch nicht den ersten gemacht. Die Runde, darauf kann man kommen. Sag ich nicht ehrlich. Matze könnte es auch sein, Self-Report. Aber das glaube ich nicht. Matze macht keine Self-Reports. Self-Reports machen die wir eh nixen. Also Mert, das war das. Bruder, okay. Okay. Nein. Bruder, nerv nicht. Bitte nerv nicht. Ich küsse dein Herz. Nerv nicht. Okay, du hast reportet. Ich dachte, ich habe reportet. Redet du. Er darf sich wehren. Er darf sich wehren. Ich dachte, ich habe reportet. Sorry, sag. Alles gut, Bruder. Ich habe wirklich kein Submit dafür. Äh, ja. Ihr wart da Ding. Ihr wart ja alle gerade in Security drin. Ihr habt da gesehen, Mert und, wer ist jetzt gestorben? Wer war das? Äh, Chef waren ja, die waren ja zusammen, ja, die waren zusammen in Camps. Mert hat, also ich bin kurz rausgelaufen, wieder rein, Mert hat ihn getötet. Gut, kriegst du meine Stimme. Sogar bei sieben, sogar bei sieben kriegst du meine Stimme. Ja, ich sage, ich kann auch nicht mehr raus. Ich kann auch extra, ich kann auch nicht mehr raus. Das ist so dieses Imposter sein und dann noch ein... Nein, guck mal, beide Imposter haben Daniel gewählt. Daniel ist safe. Sorry. Ja, Mami, ihr werdet sehen. Matze. Nee, Daniel wird doch alle noch finden. Ja, ich bin der Zweite. Ich bin nicht mit meinem Kismet. Das war safe richtig. Also eigentlich wählt man bei sieben nicht, aber das nach der Vorgeschichte. Oder Daniel ist der schlauze Spieler der Welt. Aber da, ich hätte ihn vorher schon rausgehauen. Trimax. Nein. Fuck, Trimax. Ich bin gerade Security reingekommen, da lag eine Leiche. Überall ist Trimax. Wieso Trimax? Nein, nur Spaß. Äh, ist das Eldos oder Edos? Also müssen wir überhaupt jemanden wählen, Jungs? Hä? Ja, also es muss einer von beiden sein, weil Trimax... Eli, du weißt, ich kann's nicht sein. Also Trimax ist mit mir und Matze in Storage. Ich hab O2 gefixt. Bist du? Das Ding ist, dass du erst nur nur ein Kill gefallen, Eli. Und zwei drinnen hast du gar nicht gewählt, bis man ihn aufgefordert hat. Ich hab alleine O2 gefixt, Bruder. Ich war mute. Aber würde Edos einen Selfieport machen? Weiß ich nicht. Es gibt zwei Optionen. Eldos, wo bist du gerade? Ich hab O2. Ich bin gerade Brokkolis abschließen rechts oben. Ich hab O2 gefixt und dann bin ich hochgegangen. Kannst du das jemand bestätigen, wenn es... Also der... Es gibt zwei Optionen. Die Leiche ist die Elektrik. Alleine, Bruder. Du hörst das ja, wenn du das Ding mal anlässt. Edos, wo ist die Leiche? Bei Security, Brie. Security. Also entweder ist er gewandet und dann ist er rüber gelaufen. Oder Edos Selfieport, weil Matze war mit mir und Trimax in Storage. Einer von den beiden ist es. Es können... Eli, lass doch mal jeden... Also jeder, wer wo ist. Wer ist wo? Also Trimax, Matze und ich, Edos sind in Storage. Und du bist... Du hast die Leiche gefunden und Eldos ist O2. Und ich bin schon ein bisschen länger mit... Ich bin ein bisschen länger mit den beiden. Das heißt, einer von euch beiden muss es sein. Ich würde für den Call Edos gehen. Eli, ich kann es zum Beispiel nicht sein. Du weißt schon, seit erster Runde... Also erste Runde hat Eldos auf jeden Fall keinen Kill gemacht. Oder erster Runde kann es trotzdem liegen. Ja, ich weiß, aber es ist Wahrscheinlichkeit. Edos hat in vier Runden nur einen Kill gemacht. Du hast Edos, Bruderherz. Es kann nicht sein, dass ich drei Kills machen muss. Du hast nicht einen Kill gemacht. Ja, genau das passiert, Matt. Wenn ich einen Kill mache, die direkt werde ich geschehen, Bruder, ja? Das mache ich falsch, Bruder. Ich kann nicht fühlen. Ich habe ein zu gutes Herz dafür. Roman, nein, es gibt dein Herz. Ich warte auf diesen richtigen Moment. Ich warte auf diesen richtigen Moment. Und dann killst du den, der Sass ist. Dann killst du Daniel. Du hättest jeden ficken können, Bruder. Du warst an den Kämpfen und ich habe gedacht, ich mache jetzt auch einmal dieses Self-Report, weil es jeder macht, Mann. Edos, Edos, Edos. Du warst am Ende, am Ende warst du gefickt, weil wir zusammen rumgelaufen sind. Du musst, aber wenn du am Anfang hilfst, machst es halt nicht schief, Leute. Edos ist eine geile Überlegung, aber ich glaube, da ist es nicht schwarz, schwarz. Was ist ein Morrug? Ein Morrug. Ich mag es als Morrug. Morrug bedeutet sowas wie Alter. Okay. Ne, oder? Oh, ne, oder? Mit Edos. Ich kann das nicht. So, Fabo und ich sind safe. Ja, 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 ja. Ich schwöre du mir auch, Alter. Gut, ich habe es leider nicht ganz genau gesehen. Ich wurde in Storage eingesperrt und genau vor Electrical, also bei diesem Gang liegt die Leiche. Und irgendeiner ist auch gerade in Electrical reingelaufen, aber ich konnte es nicht sehen, weil ich eingesperrt war. Eldos, ich und Merz sind safe, sage ich. Rechts oben, ne? Ja, ja, ja. Drei sind schon mal safe raus, Junge. Okay, ich war mit Edis eingesperrt, da bei Admin dieser Gang, weil ja Cafeteria und Storage zugemacht wurde. Obwohl, Eldos, wo warst du davor? Rechts oben. Ups, ach. Also ich habe diese Melle-Task gemacht, dann bin ich rechts oben. Also Merz und ich sind auf jeden Fall safe. Eldos weiß ich jetzt nicht. Ich sage jetzt ehrlich, ich habe diese Runde kaum was gerafft. Aber jemand ist gerade in Electrical reingelaufen. Wer war das? Ja, Bruder, also da muss doch Kuba sein, oder Blasch, oder? Was? Nein, ich weiß nicht. Wo seid ihr hin, Alter? Jeder, jeder gibt einen Standort. Einer lügt hier rum, weil jemand ist gerade in Electrical rein. Wir sind zu dritt rechts oben. Wir sind zu dritt rechts oben. Ich will in Storage. Warte mal, Bruder, Max rede nicht, weil ich geisteskrankst Hass bin. Oh my God. Bruder, Max und Jello sind so fast. Also Bruder, wir sind in Out of the World Stars, wirklich. Kuba, Daniel, Jello, Trimax, Edis, alles das, sage ich. Alles das, irgendwie. Ganz kurz, wer hat gesehen, dass ich Storage eingesperrt war? Ich war Storage eingesperrt. Storage, Türen gehen auf, ich reporte die Leiche. Ich war hinter dir, da ist die Storage zu. Also die, die, die gucken, die da links war, die Sass. Oh, Trimax so hart, Bruder, Trimax so hart. Mert muss raus. Aber das Problem ist, wenn ich immer Sass bin, dann laufen die nicht mehr mit mir. Fick weg. Mert ist tot, oder? Mert, bitte nicht. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Ja, ja, ganz kurz. Edis, wo, Edis, wo? Pass auf, pass auf, pass auf, lass mich reden, lass mich reden. Kuba, du hast mich gesehen, Kuba, du hast mich gesehen. Ich bin mit dir bis von Navigation runtergelaufen. Warte, wer war noch da? Es waren drei Leute. Ich, 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 ich. Okay, pass auf, wir waren, lass mich nicht lügen, wir waren, glaube ich, in Electrical eine richtig große Menge, okay? Ja, mhm. Genau. Wer gefehlt hat, habe ich sogar laut geredet, waren Mert, Eldosh und Yellow. Ihr drei war nicht da. Wir sind zu viert, ich kann ganz viert Tempo rausnehmen, wir sind zu viert, Rektor. Fabo, Trimax und ich. Und ich weiß nicht, wer dazu kam. Ja, jetzt, und du kamst von unten, wo war die Leiche? Also, die Leiche war genau vor Communications. Eli ist 100%. Nein. Communication. Eli kam von unten. Nein, nein, nein. Okay, man darf nicht schwören, ich kam von oben. Ich kam von oben, Cafeteria. So, ich war Navigation, bin nach oben gelaufen, Cafeteria von unten. Ich bin jetzt vor Rektor. Nein, ich kam von oben, ich kam von oben. Wir waren eine ganz große Menge und die Anziehsten, wo nicht da waren, waren Eli, Eldosh und Yellow. Man vortet eh nicht bei sieben. Nein, nein, ich hab oben, ich hab, ich hab Rektor. Ja, und Eli kam von unten, dann hat Eli gelaufen. Nein, ich war oben. Merkt euch Eli, merkt euch Eli und Eldosh. Eli, Eldosh. Okay, dann Fabo, 100%. Ich war der erste Kill. Fabo auch, Fabo auch, Fabo auch. Ja, war ich eh das. Warst du dabei? Ja, er war bei uns. Okay, und den ersten Kill habe ich nicht gemacht. Kann ich nicht gemacht haben. Den ersten Kill hast du nicht gemacht. Fabo, du warst schon bei mir erst. Ich muss, ich muss Fabo. Chat, schreib bei Eldosh im Chat rein, Fabo muss leben. Edis muss am Leben bleiben. Ich hab Trimax, und er darf nicht Trimax killen. Ich muss Daniel killen. So, mein Bro, sonst wird Zeit. Scheiße. Ey, ich weiß, ihr werdet denken, ich bin, ich, also ich hab's, war's wirklich nicht. Sag euch, wo die Leiche war. Bruder, wieso killt Eldosh nicht? Ich bin, Edis, glaube ich, begegnet bei Storch. Ja, ich kann Edis safen. Ich kann Edis safen, Edis kann mich safen. Ich hab sogar gedacht, da ist Arschwasser, dass du mich jetzt killst. Dann bin ich hoch Richtung Cafeteria und direkt vor Mad Bay lag die Leiche. Okay, Edis und ich safe. Trimax, Eldosh und Daniel waren zusammen. Edis und ich safe, Edis und ich safe. Bitte lass mich sagen. Eldosh habe ich auch gesehen, aber... Kuba, du kannst mich safen, bitte safe mich. Ja, ich kann mich safen. Ich war jetzt die ganze... Bruder, wie lange war ich mit Trimax zusammen? Ihr wart zu dritt mit Daniel. Du warst zum Schluss ein bisschen. Ich hab keine Ahnung, wie lange die Leiche her ist. Edi, von wo bist du denn gekommen, Bruder? Ich kann dich nicht safen, mein Bruderherz. Ich kam von Lower Engine. Wir müssen jetzt an alle Crewmates, wir müssen jetzt wählen. Fabo ist ein guter Spieler und ist auf mich gegangen. Edis kann mich in der Runde safen und in der ersten Runde war ich Storage eingesperrt. Er geht auf mich. Wenn wir jetzt falsch wählen, haben wir verkackt. Fabo ist völlig random auf mich gegangen vorhin, obwohl ich und Trimax zuerst Reaktor gefixt haben. Er kam dazu, meine Stimmung, ich hab Fabo damit... Ja, wir haben zu dritt Reaktor gefixt, aber erstmal nachdem und Trimax ist drin. Ja, aber du kamst von da, wo die Leiche unten war. Ich sag, es sind Max und Edi. Nein! Sofort, Max, Max, sofort, sofort raus, sofort raus. Seid ihr scheiße, oder was? Wollen wir gehabt mich? Langsam, langsam, chill. Wen habt ihr gevotet, wen habt ihr gevotet? Ich hab dich gevotet, du bist es. Ich hab auch dich. Wer? Trimax, du auch mich? Ich hab auch dich. Ja. Ich kann mich auch beten für die Runde. Ja, wir haben verloren, es ist over. Es ist over. Warte mal, Fabo kannst du nicht, es war mit Fabo sogar eine Zeit lang. 100% Call. Ich hätte mich killen können. 100% Call Fabo. Ich sag auch. Ja, okay. Wenn es nicht Fabo ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es einer von euch. Ich sag auch. Wenn es nicht Fabo ist, weiß ich auch nicht. Edis, Edis, ich bin auf jeden Fall safe. Max krieg ich eigentlich auch safe. Bruder, wenn es nicht ist, dann ist Edis breit, Bruder. Edis breit bist du, du Volltrottel. Edis, du musst einen killen, ne? Zu früh noch, er schafft trotzdem. Edis, du musst einfach einen killen. Er hat keinen kill, Dingsda. Kein Bock mehr, ihr kleinen Opfer, ihr kleinen, ihr kleinen, die Eier, könnt ihr euch mal die Eier nehmen, auch mal bei Eli dazwischen zu reden. Ich schwöre, Mann. Bruder, halt das. Ihr seid, der kommt direkt von unten, von der Leicht, der lügt, dass er von oben kommt. Ich schwöre, ihr Opfer, ihr seid so dumm. Bruder, du hast doch mal sein Charme, ey, so ausreden, das geht auch auf ihn, Bruder. Guck, Elios mit seinem scheiß Durick läuft da rum. Ihr seid so müde, Gelder. Eli, du bist gut, ich bin nur 20 gut. Oh, Eli ist so, oh, iiii, iiii, Eli. Bestimmt braucht er so lange, bestimmt braucht er so lange. Bruder, das ist geisteskrank. Er will mich ficken. Du verfickter Bastard, ich wollte mich grad wie Porten geholt. Mann, scheiße, verfickter Scheiße. Ich weiß, dass er es ist. Mann, scheiße. Eldos, wir beide, Eldos, wir beide. Ja. Oh, das ist wieder geil. Edis, Eldos, der Breite. Oh, Merd. Oh. Oh, da ist das geisteskrank. Ist das geile. Ist das geile. Eli hat mich vor meinen Augen umgebracht. Ich hab, ich hab reportet. Ah, ne, er hat reportet, oh mein Gott. Oh, ne, ich scheiße, oder? Oh, ne, er hat es unangenehm. Merd, erklär mal kurz, wie du es gefunden hast. Merd soll als erstes reden. Bitte, bitte lass Merd reden. Bruder, guck mal, ich renne hoch. Ich weiß nicht, ob Eli wenden wollte oder ob er keine Ahnung was gemacht hat. Ich sehe, wie die Leiche da liegt. Ich hab diesmal diesen Five-Fat gemacht, dass ich nicht direkt reporte, sondern erst gucke, ob noch irgendwo einer ist. Ich gucke, im Raum ist Eli. Im Security-Raum, da hab ich direkt reportet. Also es kann nur für mich Eli sein. Okay, Bruder, jetzt bist du fertig, darf ich? Ja, ich bin fertig. Okay, okay, Jungs. Also, ich bin Security. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass die Camps an waren. Ich hoffe, darauf habt ihr geachtet. Camps sind an, hab alles im Blick und sehe... Die ganze Zeit, hab ich gesagt. Eldos. Ich habe Eldos Spritzer noch so ein bisschen abbekommen. Ich verstehe das nicht. Und er konnte mich nicht killen. Wenn du in den Camps bist, dann weißt du doch, wer gekillt worden ist. Ja, Eldos wurde gekillt, die Farbe. Ich hab halt nicht direkt den Namen. Wo liegt die Leiche? Sie liegt direkt vor Security, mein Bruderherz. Also, Jungs. Aber dann warst du doch in den Camps gesehen. Ja, ich hab in den Camps gesehen, wie er ihn gekillt hat. Also, das ist meine Aussage. Er sagt, ich hab ihn voll in den Aus... Aber wenn ihr jetzt drauf achtet, dann habt ihr drauf geachtet, dass die Camps die ganze Zeit an waren. Die ganze Zeit. Und du warst in den Camps? Ich war in den Camps, ja. Und hab ihn gesehen. Ja, okay. Also... Er war vor kurzem in den Camps. Nein, nein, nein. Ich war... Ich war... Die Camps waren gar nicht die... Ja, ich war... Ich war 6-7 Sekunden in den Camps, so. Ja, siehst du also. Es ist egal. Ja, aber... Die... Was? Äh, Leute, es ist zu 100% mehr. Es ist Eli, die Camps sind nicht die ganze Zeit. Dann, er lügt. Die Camps sind an, die Camps. Ganz kurz. Aber was heißt denn nicht die ganze Zeit an? Fabo, Fabo, die Camps sind an, während der Kill gemacht worden sind. Also, ihr habt die Camps vielleicht eine Sekunde nicht gesehen jetzt gerade. Du weißt, ich weiß doch gar nicht, wann der Kill gemacht worden ist. Jungs, ihr seid so... Warte mal, was stimmt dir jetzt schon ab, Mann? Es ist nicht alles richtig. Nein, es ist nicht stimmt, wenn es nicht stimmt, wenn es nicht stimmt, wenn es nicht stimmt. Ja, Fabo, ich will eins wissen, Fabo. Hast du mich gewählt, damit ich weiß, ob du ein guter Q-Map bist? Ähm, vielleicht. Bruder, wie kannst du... Du siehst doch, dass die... Camps an sind, Bruder. Nein, aber die müssen mehr draus wählen. Also, wenn die jetzt nicht gleich mehr draus wählen, habe ich alles gesehen. Du hattest perfekte Erklärungen. Ja, also, die haben gesehen, dass die Camps ja an waren, während der Kill... Also, irgendeiner hätte das sehen müssen, dass die Camps an sind. Wenigstens eine Sekunde. Die waren eine Sekunde nicht an, die Camps. Ist das krass, ey. Matt, wo bist du? Ich bin, ähm, ich bin in Communication. Wählt ihn jetzt raus. Ich schwöre, ich werde ausrasten, wenn die in den Schaden sind. Trymax, wo bist du? Also, einfach aus Prinz. Storage Tank. Hast du Matt gesehen, Max? Ja oder nein? Okay, 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 okay. Nee. Dann ist es Matt. Matt, Matt, Matt und Trymax sind mir gerade... Hab ich gerade noch in der Camp gefischt. Ich bin gerade reingegangen. Beide haben gelogen. Matt hat vor Storage, also irgendein Storage die Kabel gemacht. Ist dann anscheinend jetzt in Communications. Aber die Leiche liegt in Cafeteria vor Weapons. Matt lügt, er ist oben. Ich würde einfach, also ich würde einfach Matt voten. Dann hätten wir eh einen Impost 100%. Guck mal, es ist sieben. Die waren gerade hier in diesem Gang. Weil die waren Navigation. Hast recht, hast recht, hast recht. Er hat recht, er hat recht, er hat recht. Das, was Ryrick sagt, votet einfach Matt. Und, ähm, warte kurz. Trymax, warum hast du mich angeflogen? Nein, es ist vorbei. Warum? Ich bin gerade in den Camps reingesprungen. Ich habe euch beide gesehen. Wir beide bei Navigation waren in dem Gang. Und du sagst, du bist Storage. Wer kann bezeugen, dass wir in den Camps waren? Wer kann das bezeugen, dass er in den Camps war? Äh, links, Upper Engine. Wer war in den Camps? Wer war in den Camps? Ich war in den Camps. Echt jetzt? Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit, das weiß ich nicht, aber war er die ganze Zeit? Ich war locker 25, 30 Sekunden Camps. Und ihr habt es gesehen, die Scheißdinger leuchten. Ja, das habe ich gesehen. Okay, gib einen Call. Also, ich kann sagen, was ich die letzten 10 Sekunden gesehen habe. Ich bin in der Richtung hier rein. Ja, da waren wir zusammen, ne? Nee, vor 10 Sekunden warst du nicht da. Nee, nee, aber Scherp da. Ich muss nochmal nerven, Faber, wo war der Kill? Sorry. Upper Engine. Upper Engine, okay. Also, Chef, von wo bist du gekommen? Du warst ja in der Electric Camp mit mir. Ich bin ja von Storage gekommen. Von wo bist du gekommen? Ich habe davor Reactor immer eine Aufgabe gemacht. Heute laden noch keine Löcher. Upper Engine. Ich bin Caviteria, Upper Engine zu Reactor. Ich habe diese Aufgabe gemacht, die so ein bisschen länger dauert. Bin runter zur Electric Camp. Da habe oben rechts die Aufgabe gemacht. Bin jemand, die sich drehen. Electric Camp lege ich es nebendran. Die Wire gemacht, runtergelaufen. Also, hört mir mal kurz zu. Die Camps waren die ganze Zeit an. Das heißt, und die Leiche, das wurde zugesperrt. Und die Camps waren die ganze Zeit an. Das heißt, Max kann ruhig sich gewesen sein. Ryrex hat den Call gegeben, dass wir mehr draus voten sollen. Was ein guter Call war. Ich bin es auch nicht. Also, Daniel oder Chef. Jede Ball. Bruder, wie scheiße das fach? Der war ja der. Boah, ist das krass, Alter. Ich muss hier doch noch die Taschen machen. Ich dachte, Digga. Na gut, ich kann es ein bisschen verstehen. Fifty, Fifty. Ja, das war tot, Max. Nein, das war tot. Nein, nein, nein. Hör auf, Ryrex. Ich fick dich. Hör auf. Schrei doch nicht drum, Bro. Wähl einfach Daniel raus. Ne Matze, Bruder. Matze, hör auf. Es ist Trimax, bitte hör auf. Ich habe es auch gesehen. Max, du warst in den Lichtern, ne? Ich habe die Lights gefixt, aber ich wusste, dass ein Stack-Kill kam. Ich habe Lights fixen, abgebrochen und bin ein Step nach unten. Nein, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Warte mal, das ist gelogen, Max. Oder? Ryrex? Ich habe es gesehen. Es musste ein Stack-Kill passieren. Ja, aber weil du den Kill gemacht hast. Nein, Bruder, weil doch Trimax den Kill gemacht hat, weil er diesen Stack-Kill wollte. Dass die diese Runde gewinnen, ne? Dass die diese Runde gewinnen. Dann skippt, Bruder, dann skippt doch. Guckt euch die Task an. Dann skippt. Dann skippt doch. Wenn ihr euch unsicher seid, dann skippt doch. Er hört sich nicht selber gesagt. Fabo, wen hast du gewählt? Das ist so geisteskrank. Ohne Spaß, mit Abstand, der größte AD in der Runde gerade wieder wasser. Das ist super. Digga, bei mir sah es aus, als ob du gekillt hast. Mann, Jungs, Jungs, dann skippt doch, wenn ihr euch nicht sicher seid. Die Tars sind doch fast fertig. Dann sind die Tars doch fast fertig. Ne, oh. Ich fällt die letzte Runde an danach. Wir haben verloren. Die haben es zu früh gemacht. Du kannst, äh, welche sie machen. Die haben es wirklich zu früh gemacht. Och, Digga. Okay, ich übernehme die von Mert und Mats. Aber, Digga, dann, wie kann das denn sein? Alles gut, ich übernehme die, ich übernehme die. Bruder, aber was ist das denn? Wer von euch hat gerade O2 gedrückt? Es muss Tronis gewesen sein, der O2 gedrückt hat. Ich schwöre es dir. Ich übernehme die von den Impostor, alles gut, weil ich dazwischen geredet habe. Aber, Bruder, wie kann man das denn? Jetzt mal ehrlich. Matze und Fabo, dann skippt das doch, Bruder. Dann skippt das doch. Ich frage mir, bro, ich frage einen Clip aus meiner Perspektive. Es sah wirklich aus, als ob Stani gewissen wird. Digga, ich dachte, die haben schon gewonnen, ne? Was passiert hier? Ich dachte, die haben schon gewonnen. Und wieder zeigt sich Rhyricks. Digga, Heldos hat die Fresse. Ja, haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Was passiert? Ja, ihr habt gewonnen. Ihr kriegt, ihr kriegt es. Ich habe gewonnen. Ich dachte, es ist zu Ende. Ihr habt geschissen. Ich dachte, es ist schon zu Ende. Egal. Wird geredet. Ja, ich habe geredet. Ich dachte, es wäre schon zu Ende. Ich stehe oben. Mach mal bitte die Teile. Die Impostor haben keinen Zeitdruck. Ich habe eines, was zu sagen. Okay. Ey, Jungs, ich habe ihr nicht gesehen. Aber die Leisen sind aus. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Und es ist genau vor Storage, links neben diesem roten Tank. Ach, die ganze Zeit. Ich habe es mit meiner Namen gelesen. Ja, Jungs, Jungs. Also, um hier ganz viel Druck. Läuft gerade in Electric herein. Lass mal kurz Elie reden, weil ich weiß, was er sagt. Um ganz viel Druck rauszunehmen. Mit mir sind Jello, Trimax. Wer war noch da? Wo seid ihr? Die kamen aus der Richtung. Die kamen aus der Richtung. Matze. Matze. Wir waren alle auf einem... Chef. Wer noch? Aber die kamen doch von Storage. Stopp. Daniel, du auch? Ich war ja beide dabei. Also, ich bin ja Navigation gewesen da und da runtergelaufen. Also, ich bin ein bisschen sass. Ich bin alleine bei Navigation ganz rechts. Aber, ja. Was? Elie, Elie. Das Licht war aus. Was? Elie hat die Leiche ist in Storage. Und da kommen uns zwei Spieler entgegen. Das war Chef Strobl und wer war der andere? Ich bin von oben gekommen, du Vollidiot. Alter, ich habe Reppets gemacht. Nein, ich bin dumm, Alter. Der Typ ist dumm. Ich weiß nicht, von wo die gekommen sind. Auf jeden Fall waren wir zu fünft für die richtigen Crewmates hier. Wir waren zu fünft vor Shield, so. Fünf Leute. Eldos, aber war der Kill so... War der frisch? Weißt du, ob der frisch war? Ja, Bruder. Der ist ein... Der ist zwei Meter vor mir. Ja, okay. Dann, Jungs, dann... Dann ist es Chef... Dann ist... Der ist noch nicht drin in der Lärmste. Ist jemand sicher, dass Chef 100% von oben kam? Ich nicht. Oh mein Gott. Ich auch nicht. Ich habe immer Jello gesehen vorne. Ich bin immer nach Jello-orientiert. Skippen, skippen. Skippen, skippen. Skippen, skippen. Einfach merken, das ging viel zu schnell, der Kill. Kurz, 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 wie dumm ihr seid. Rivex hat dreimal bestätigt, dass von oben kommen. Aber ihr seid alle dumm. Rivex, 100% bitte. Okay, okay. Um die Scheiße. Er macht 100%. Okay, dann... Okay, gut. Dann muss es ein frischer Kill sein. Ich glaube, Eldos macht sowas nicht. Bleiben übrig. Fabo... Wer ist denn tot? Ist Mert gestorben? Digga, warum sind die Leits aus? Bleiben übrig. Fabo, Edis... Also für diesen Kill. Es kann sein, dass jemand, der mit uns gelaufen ist, auch Impostor ist. Aber er hat den Kill halt nicht gemacht, ne? Boah, ich vertraue ihm. Leiche liegt, äh, Storage, wenn man hochgeht, Richtung, äh, Ding, Cafeteria. Also Adnan Cafeteria. Von wo kam Eli? Electrical. Ja, wo, wo er kam? Wie kam es rein? Warte mal. Von links. Von der linken Seite. Kann das jemand bestätigen? Das ist falsch. 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 Doch. Okay, Jungs, bitte. Ihr verliert Geld. Ihr verliert Geld. Ich bin, ich bin beschuldigt. Ich bin beschuldigt. Ich darf reden, okay? Das Ding ist halt... Ich darf jetzt... Trimax. ...auf den Chef gesetzt. Trimax. Chef, 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 Tod. Ganz kurz. Trimax. Jungs, Eli war mit mir, ja. Trimax kann bestätigen, dass ich links war. Bitte konzentrier dich, Trimax. Du kannst bestätigen. Ja, du kannst bestätigen, dass ich links war. Du bist aber dann oben lang gelaufen. Über Mad Bay, dann Cafeteria und dann runter, oder nicht? Also über Lower Engine? Ja, aber das ist sehr, das ist sehr lange her. Doch, ich war, ich war irgendwo da, Mad Bay, ja. Bin dann nach unten gelaufen, Lower Engine und dann rechts. Eldos ist hinter mir. Eldos kann bestätigen, dass ich hinter, von Lower Engine kam. Eldos macht deinen scheiß Maul auf. Hä, Eldos ist, Eldos ist in Reaktor. Ich will, Fabo. Eldos eigene Meinung. Oder, wenn du, wenn du so, wenn du so auf mich gehst, wenn du so auf mich gehst, dann bist du es und du warst vorhin in der Runde drin, wo du es sein kannst. Ich habe hier zwei verfickte Crewmates, die mich gesehen haben müssen und keiner macht seinen scheiß Maul auf. Eldos, ich war hinter dir und Trimax, ich war bei euch. Macht eure verfickten, fressen auch mal auf. Hey, Eldos, du warst hier noch im Eldos. Digga, mit was, mit was spiele ich hier? Edis, Edis, bei dir. Zwei Leute können mich safen, oder? Zwei Leute können mich safen. Edis, Edis. Ich sage, die Wahrheit, wo ich bin, okay. Fabo sagt Lüge. Es ist die Wahrheit. Ich habe zwei Mails, die das bestätigen müssen. Ne, die Lüge war, dass du unten rumlaufen bist. Ich habe gesagt, ich kam von links. Mach VODs an. Ich meinte, ich komme von links. Zwei Leute müssen das bestätigen, keiner macht seinen Mann auf. Kein Wunder, dass wir hier verlieren. Ihr sagt das nicht. Atmen, Jello. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit den Spielmedienern. Ja, weil sie nicht sagen. Ich sage, ich bin links, Fabo sagt nö. Ich sage, ich komme von links, Fabo sagt nö. Ist Lüge. Ich so, doch, ich komme von links. Dann sage ich Trimax und, äh, Dingsda, Eldors müssen das gesehen haben. Machen sie aber nicht. Beide sagen nichts. Ich muss ein bisschen ruhiger bleiben. Eigentlich habe ich mir genau für solche Dinger, äh, meine Puls-Uhr geholt. Ey, Jungs, es tut mir so leid. Ich war in den Camps. Ich habe eine Sekunde weggeschaut und dann habe ich gesehen, wie Fabo gekillt wurde. Okay, ich save Elin. Nö, oder? Ich kam wieder von links. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Ich war nach Edis in der Camp und da habe ich die Leiche schon gesehen. Wo war die denn die Leiche? Die Leiche liegt in Admin, in Admin. Okay, da kann ich drei Leute save. Warte, wer war da? Äh, ich habe, glaube ich, äh, Rhyrex war da, genau, richtig. Und, und Daniel. Ja, ihr drei. Und Daniel. Ihr drei wart bei mir. Also, ihr zwei wart bei mir. Ich war jetzt genau, ich war links dabei. Warte ganz kurz. Ähm, wart ihr zusammen? Kann jemand euch saveen? Also, ich habe rechts. Ich melde an. Ich melde an. Eldors ist es nicht zu 100% an die Crewmates. Wir müssen jetzt den richtigen rauswählen, sonst haben wir wieder verloren. Eldors, erster Kill. Erster Kill meinte, äh, das war irgendeiner von da. Auf meiner Seite. Wer war das? Matze, angeblich save gewesen mit Chef Strobel. Chef, also ich würde Matze rausnehmen. Eldors würde ich rausnehmen. Von Edis, Kuba und Daniel sind es zwei, würde ich jetzt sagen. Auf den Call von, auf, auf den, auf den Call, auf den Call von Chef, weil er meinte, dass er ihn gesehen hat. Aber es kann sein, dass Matze auch in der ersten Runde, äh, sorry. Äh, Matze, ich will nur wissen, von wo kamst du, weil du warst halt, ich hab dich ja bei Mad Bay gesehen. Ja genau, aber kannst du von Cafeteria, sprichst du? Nein, von Upper Engine. Eigentlich, ich werde ich schon die ganze Runde vor dem Mad Bay. Ganz Runde. Ich, passt auf, ich kann sagen, dass bei der Security gerade Daniel ist, also er ist eigentlich ausgeschlossen. Er kann es gar nicht sein. Und ich, ganz kurz, wir haben nicht mehr Zeit. Ich würde, keine Ahnung, also entweder, ich würde Eldors warten. Nein, ist falsch. Dann, dann geh auf Matze. Jungs, geht auf Matze. Dann geht auf Matze. Dann geht auf Matze. Dann geht auf Matze. Doch, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mach Matze. 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 Ja, weil er auf Eldors gegangen ist. Er war locker der Safeste gefühlt von Eldors. Aber, weil er auf Eldors gegangen ist. Weil er auf Eldors gegangen ist. Nein, Bruder. Jungs, Jungs. Danach hat uns Arschlatt Trekkies geschickt. Okay, warte. Wartet. Wir haben eine Chance. Die haben, glaube ich, verkackt. Die haben verkackt. Wir hatten recht. Oder wir haben recht. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Nicht so, wie er reagiert hat. Nicht so, wie er reagiert hat. Okay, Jungs. Ich weiß nicht, was ihr habt. Eli, bitte. Hör mal ganz kurz zu. Darf ich einmal was sagen, Eli? Ich... Lass mich nur eine Sache sagen. Danach halte ich meine Fässlinge. Aber warte. Erlebt dir noch eine oder zwei Imposte. Ich sage, ich bin... Es leben noch zwei. Es leben zwei. Es ist Kuba. Entweder es ist Kuba oder Daniel. Wenn nicht, bin ich ein Peach. Hä? Bruder, du hast mich doch vor einer Minute noch gesamt. Warte, ich habe Emergency-Button gedrückt. Ich habe Emergency-Button gedrückt. Ey, warte, warte, warte. Eldos und Daniel. Eldos und Daniel. Wenn ihr es nicht... Ich glaube, das ist... Dicke, ich habe einen Call. Ich glaube, es ist Edis und Jello. Okay, und jetzt habe ich nicht Jello mehr, weil du mich gesagt hast. Also, Eldos, kann es mit Jellos helfen? Eldos, bitte. Ich möchte... Okay, dann gehe ich auch. Dann sage ich Kuba. Dann gehe ich auf Kuba. Bruder, Kuba hat ein Gehirn von... Dann sage ich Kuba. Eldos, Eldos. Eldos, ich kann es nicht sagen, Darf ich kurz was fragen? Eldos, in der allerersten Kill-Runde, da war Edis rechts und es war... Daniel ist dazugekommen und Kuba habe ich nicht gesehen. Kuba war irgendwo links. Oder nicht? Oder Edis. Ich war es alle drei zusammen. Ich habe... Ich habe sogar... Das kann ich gar nicht sagen. Andi-Mates, wir müssen jetzt auf denselben gehen, sonst haben wir verloren. Edis, wen hast du gewählt? Edis, wen hast du gewählt? Ich habe Kuba raus, weil ich habe Kuba gesasst und er hat mich direkt zurückgesasst. Aber du hast ihn direkt gewählt. Warum wählst du ihn direkt? Warum wählst du ihn direkt? Das macht nur einen Poster-Budern. Das macht nur ein Imposter, wenn du einen Voter... Eldos, 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 Warte mal, Eldos, Eldos... Nein, Eldos und Kuba wählt Edis. Eldos, Kuba wählt Edis. Wenn er ihn wählt. Eldos, wählg Edis. Bitte, Edis, Edis. Auch mich? Hä? Hä, warum Eli? Ey, das war die verwirrteste... Ey, das ist geil. Leute, wirklich. Edis, Edis hat so einen aufgespielt und ihr habt legit in die... Ihr habt hier reingeschüttet. Ihr seid auf die Zellung gewinnt. Alter, ihr habt alles gut. Ihr habt so geschissen. Eri, wie so bist du von mir weggegangen? Ihr habt so geschissen. Eri, Bruder. Wer hat vergessen zu woken? Eldos, sagt du vergessen? Eldos, Eldos, Eldos. Jung, Eldos, ich will nicht den Arsch noch mehr. Nein, nein, nein. Ich leide so hart und ganz kürzer. Eri, das war Eri, sagt in einer letzten Sekunde noch. Ich konnte nicht mehr shoppen. Eldos, 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 Eldos. Eldos, Eldos. Warte mal. Ich wollte 15 Millionen unterbrochen. отделen. So. 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 Vielen Dank.